Was laberst du denn für ein Scheißer? War ich nicht Bananen-Joe? Ich war Bananen-Larry, du bist Pflaumen-Joe. Hä? Junge, das tut richtig weh, das ist voll heiß, Alter. Ja, und du wolltest jetzt sechs Stunden in kurzer Hose fahren. Hä, sowas würde ich niemals tun. Du laberst wieder so einen Dreck, Bosti. Ah ja, komm, ey. Roll einfach davon. Komm, Challenge, rückwärts hier den Berg runterrollen. Ja, mach mal, komm. Fahr mal ein bisschen rückwärts runter. Junge, 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 Junge. Du musst mit hinten bremsen, logischerweise. Das ist mir ein bisschen zu waghalsig. Und ich bin nicht waghalsig. Das ist eine richtige Scheißhaus-Idee. Scheißhaus finde ich gut. Vor allem in deinem Outfit. Hä? Das ist Kevlar-Badehose. Gab es die eigentlich auch in deiner Größe oder ist die extra so kurz? Als Leggings-Träger ist das eine gewagte Aussage am Ende, Junge. Ich habe mir gerade so die Rosette verbrannt. Jetzt heulen wir nicht so rum. Komm, wir machen jetzt ein Anrollrennen, okay? Ein Anrollrennen? Hä, du musst so anrollen. Mit Kupplung kommen lassen, weißt du? Geil, jetzt ich. Ich bin schon an. Ich war gar nicht an. Ich hatte noch den Notaus an. Du bist ein richtiger Pflaumen-Joe. Ey, Maurice, lass mal Jetski fahren. Du willst fahren Jetski? Ja. Okay. 100 K on my neck. Ja, wie viel soll ich denn jetzt hier abheben? Alles. Die Mädels sollen im Geldregen schwimmen. Die Mädels kriegen keine Decke zum Zudecken. Die müssen sich mit meinem Geld zudecken. Du Arschloch. War schon laut? Nee, war überhaupt nicht laut, Maurice. Von den Bikes auf Jetski, direkt ins Flugzeug und ins U-Boot. Ah, ah, verf***te Scheiße. Oh, dieser Hu**en-Auspuff. Oh, das gezwiebelt, Alter. Ja, weil du in Badehose fahren willst, ne? Sei dir erstmal eine gerechte Belehrung. So eine Scheiße, Alter. Hello, guys. We want to rent a Jetski? Du? Sieht ein bisschen aus wie bei Baywatch Thailand. Baywatch Thailand, ja, Mann, das ist es. Das ist der Baywatch. Da sitzen die dann drauf und pfeifen hier ein bisschen rum. Do not swim in this area. Wir können uns noch richtig einen reintrinken. Bier, 80 Bad. Dann geht's richtig ab, ich sag's dir. Der hat doch safe eingedübelt hier. Ich sag's dir, der Sand ist so unfassbar heiß, du wirst dich verbrennen. Aua, aua. Junge, das tut voll weh. Ich glaube, wenn du rennst, wird's auch nicht besser, oder? Doch, dann bist du schneller am Wasser. Alter. Oh, 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 oh. Okay, 30 Minuten, right? Bist du bereit, David? Okay, ich bin bereit. Okay. Wir machen das wirklich. Wir machen einen verdammten Jet-Ski-Duel-Vlog. Guck mal, hier kommen Wellen. Boah, Junge. Junge, wie rau ist das Wasser? Ich gehe voll Gas, Alter. Let's go, voll Gas. Voll Gas. Boah, Junge. Boah, Junge. Was ist jetzt? Ist der Wind? Digga, da kam so ein kranker Windstoß. Ich bin richtig quer gegangen. Okay, Freunde, es ist richtige Scheiße passiert. Und zwar ist der Media-Mod kaputt. Ich hatte zum Glück noch ein zweites Teil davon dabei. Maurice aber nicht. Das heißt, Maurice kann jetzt gerade nicht vloggen. Und wir müssen wieder. Es ist das gleiche Problem wie in Monaco. Irgendwie so ein Teil jetzt hier in Thailand an Land ziehen. War eine geile Idee, by the way. Jet-Ski fahren, schön das Sena kaputt machen, schön die GoPro kaputt machen. Voller Einsatz bei der Arbeit. Ich glaube, ich weiß, warum das noch niemand gemacht hat. Mhm, ich auch. Scheißhaus-Idee. Dann mach du Ely rechts. Ist das jetzt schon illegale Straßenrand, an denen wir teilnehmen? Es fühlt sich ein bisschen so an. Junge, was machen Sie? Alter, jetzt kommt doch hier einer im Gegenverkehr entlang. Oh, wie auf dem Roller. Was ist das für eine Monsterschwinge? Wofür? Das Ding hat nur 15 PS. Hier, guck mal, Thai-Boxing. Geil. Hier ist auch Thai-Box. Bleib hier stehen. Alter, fetzen sich hier richtig, Digga. Die machen auch voll ernst. Guck dir das mal an. Holy Shit. Wenn du so einen richtigen Kick gegen den Kopf bekommst, ist es vorbei. Junge. Also der Pick-Up ist auf jeden Fall maximal voll. Wie viele sitzen da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute. Und dann noch einer. Ja, elf. Digga, er hat seinen Hund vorne auf dem Roller. Zieh dir das mal rein. Das ist voll der dicke Brocken auch noch. Ja, hier, Karate-Kit mit der kurzen Shorts. Guck mal, der Schwanz vom Hund. Irgendwann hört er nochmal auf, denke ich mir, oder? Oh, oh. Jetzt gibt's Ticket. Ey, der sagt nur, sollst du hier hin, oder? Junge, ich dachte gerade, er winkt mich raus. Oh, Scheiß. Guck mal, der kleine Junge hier. Überleg mal, die Polizei steht hier und ein kleiner Junge sitzt in einem, was ist das, selbstgebauten Fahrradanhänger mit krummen Rad. In Deutschland wäre so direkt Fahrtendet hier. Da ist der Hund. Er hat eine Klingel, falls er runterfällt. Boah, der guckt so aggressiv. Der Hund? Nee, der Typ. Guck mal, das ist echt Karate-Kit. Ich schwör's dir. Junge, oh Junge, hast du den Pick-Up gesagt? Karate-Kit ist hier fast reingefahren gerade. Was war denn da los? Der Pick-Up, der war voll besetzt mit 15 Leuten oder 20 Leuten. Das war Menschenschmuggel. Junge, zieht ihr die Folierung rein. Alter. Sieht geil aus auch irgendwie, ne? Oh, ho, ho. Aber ich fühle das eher auf so einem Sportwagen. Und dann in so einem Musikvideo von Travis Scott oder so. Junge, der Begrenzer von der MT-09 ist einfach geil. Ich will den nochmal hören gleich, okay? Aber nicht, wenn ich rechts von dir bin, weil sonst habe ich wieder das Rommelfeld-Shirt. Doch, fang mal rechts von mir, komm. Nein, auf gar keinen Fall. Das tut wirklich weh. Guck mal, wie viele Flaschen das sind. Das Ding kollabiert gleich. Guck mal, Junge, die Schnur unten. Alter, wenn die sich im Rad verheddert, dann ist einfach Feierabend. Oh Gott, oh Gott. Sie hat einfach eine Wasserflasche in ihrer Arschritze hängen. Junge, sie hat gerade nach hinten geguckt. Ich hoffe, die sind nicht deutsch. Oh mein Gott, war das so unangenehm. Boah, die sind hübsch. So, ich fang mal neben sie. Hey, hello. 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 Ähm, are you single? Where are you from? Oh, Junge. Hast du fast abgelenkt hier. Fast Unfall gebaut. Jetzt bist du dran, komm. Frag nochmal, are you single? Komm, 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 komm von neben dir, komm. Los, mach jetzt. Mach, Maurice. Mach jetzt. Mach, Digga, fahr jetzt. Hi. Wie fast ist dein Motorrad? Fast genug. Hi. Du magst es? I'm out of 500. Oh. Are you single? Yeah. Yeah. Jetzt weiter ran. Klär dir jetzt die Nummer. Can you speak German? Nein, scheiße. 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 Is this a cooling system? Yeah. I hope you don't crash if you drive like this. I'm not leaving the driver. You're rushing pretty fast. All right, have a great time. Komm mal rüber hier. Es wird gleich schön. Ja, jetzt werde ich hier abgeschnitten. Komm, 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 schnell. Es wird gleich grün, Bruder. Hey, jetzt ist grün. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, Gott. Ja, komm. Jetzt noch Soundcheck im Stand. Oh, Digga, das tut so weh. Es ist brutal, aber es ist ein geiler Sound. Ja, der ist geil, das stimmt. So, jetzt zeig mal deine Tröte. Jetzt noch einmal ein Flyby für dich. Ja, bitte. Auch mit Begrenzer. Ist das normal, dass das Trommelfell bei mir gerade so weh tut? Ich glaube nicht. Ich bin mal gespannt, ob hier wirklich der Store ist, den du ausgesucht hast. Also er sagt, wir sind da. Hier ist GoPro, da. Das kann nicht sein, oder? Das ist überall GoPro. Hello. Digga, wo sind wir hier gelandet, Freunde? Mitten im Nirgendwo. Und hier hängen überall GoPro-Sticker. Ähm, I need a GoPro-Media-Mod. Aha. Yes. Aha. Ah. Okay, I understand. Okay, Habibi. Ich bin froh, dass du wieder am Start bist. Ja, ich bin wieder on the line. Wir fahren jetzt nach Patton und klären uns ein paar Mädels. Was hältst du davon? Mädels klären. Oder die Mädels klären uns. Das weiß ich noch nicht genau. Oh, guck mal, er wurde rausgezogen. Und er diskutiert. Er macht den Polizisten einfach eine Ansage. Keine gute Idee hier in Thailand. Hello. Sorry. Sorry. Do you know the way to the beach? To the beach? Do you know the way to the beach? Junge, ihre Freundin hat richtig Cockblock gemacht. Sie hat sie einfach genommen und weggezogen. Was war das denn? Sowas habe ich noch nie erlebt. Sie wollte selber angesprochen werden. Tschüss. Das gibt's nicht. Das war ein safest Ding. Das hast du auch gesehen, Maurice, oder? Ja, wenn sie alleine gewesen wäre, wäre es ein safest Ding gewesen. Das ist immer das Problem, wenn Mädels dabei sind. Dann fühlten die anderen sich benachteiligt. Ja, der hat sie genommen. Da. Boah. Da war ein guter Massagestand. Guck mal, überall. Die hat mir die Zunge rausgestreckt, Digga. Echt? Wo bist du, Brudy? Ich fahr da mal eben hin. Du musst mal kurz warten. Thai Massage. Oil Massage. Food Massage. Oh, Aloe Vera Massage. Aloe Vera. Ist es gut für die Haut? Ja. Thai Massage, das ist mir. Coconut Oil. Es ist nur ein bisschen schmerz. Es sieht ein bisschen schmerz. Ja, es ist schmerz. Es ist schmerz. Es ist schmerz. Es ist schmerz. See you later. Also, ich habe uns eine Oil Massage geklärt für 400 Bat. Ah, Wallabilla. Bin ein bisschen am Arsch. Maurice, heute wirst du deine Jungfräulichkeit verlieren. Oha, okay, let's go. Jetzt bin ich wieder wach. Das hier ist die Bangla Road. What is Thai Whisky? What is this? Rum. Ah, Rum. Thank you. Sag mir mal, welcher Schuh hier der teuerste wäre, wenn er original wäre. Nike Dior. What is the price? 1.800 Bat. Bis wie viel ist das in etwa? Etwas über 40 Euro. Ich komme mir echt ein bisschen vor wie in so einem Laufhaus hier. Guck mal, die im orangenen Top, die sprichst du jetzt mal an und sagst dir, dass sie wunderschön ist. Die da? Ja, komm. Nee, Mann. Wieso nicht? Sorry, sorry. I just want to say that you look really beautiful. Nein, ich gehe von mir. Ich gehe von mir. Wo? Da? 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 Da. Hast du ein bisschen Wasser? Wasser? Ja. Wasser? Ja. Ich gehe von mir. Ich gehe von mir. Wir sind auf dem Motorrad. Wir trinken nur nur Wasser. Cola. Cola, ja. Vielleicht Cola. Aber nur ein bisschen Cola. Denn wenn ich zu viel Cola trinke, dann kann ich nicht schlafen. Du kannst schlafen. Sit. Ja. Ich erinnere dich. Ja. Du, 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 du. Huh? Ähm, du, 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 du bist. Du hast in Thailand 2-Bereit? Ja. Wie lange? Ein Monat. Oh. Ein langes Tag. Ja, weil in Deutschland ist jetzt hier sehr kalt. In Deutschland? Ja. In Deutschland ist der gute Mann Nummer 1. Gute Mann? Nummer 1. Danke. Siehst du? So einfach geht das. Junge, ich kann nicht mehr. Mein Helm ist nasser als beim Jet-Ski-Fahren. Das ist ungelogen. Er kriegt gleich einen Kreislaufzusammenbruch. Maurice, guck mal. Da geht's doch jetzt schon richtig ab, oder? Guckt euch das an. Was passiert da? Ich glaube, du bist ein sehr guter Mann. Du bist gut, aber nicht verdammt. Ich bin ein guter Mann. Ich habe ein großes Herz. Wir gehen da gleich rein, Maurice, in den Laden. Ich glaube, die Mädels da wollen sich ganz nett mit uns unterhalten. Besonders die, die da oben sind.